Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres GTA 5 Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut wie Play Games Store You. Und schaut euch mal diese Bilder an hier. Ich kenne die Leute nicht, trotzdem habe ich Bilder von ihnen hier in meiner Wohnung. Das rechts ist, nehme ich mal an, Onkel Walt, wie er von seinem neuen Ferienapartment aus die Welt beobachtet. Und das sind Gerda und Heinz, die vor einem nicht näher benannten Junkfood-Tempel ihrer Frömmigkeit fröden. Ja, aber wie dem auch sei, irgendwie habe ich Rüsterei gerade, keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen dem ganzen Rauch, den es hier gibt. Würde sagen, wenn mir das letzte Mal ganz gut gefallen hat und wir einen netten Job abgekriegt haben. Wir machen es wieder, einfach einen zufälligen Job beitreten. Jupp, sind wir. Und dann machen wir das doch gerade nochmal. Weil ich muss sagen, also mehr als Jobs gibt es eigentlich in GTA Online gar nicht. Also, das ist doch die beste Möglichkeit, um seine Zeit zu vertreiben, bin ich mittlerweile der Meinung. Weiß ja nicht, wie ihr das seht, würdet ihr das aber auch gerne in den Comments lesen. Denn eure Meinung interessiert mich da doch sehr. So, schnell hier Radio ausmachen. So, was haben wir denn da? Deathmatch mit Kinder. Ich bin alles andere als begeistert. Oh, meine Fresse, ey, Idioten. Oh, schau mal. Na, das ist halt Sturm-Coppen aus, ey. Oh, Gott. Alles andere als cool, Leute. Alles andere als cool. Willst du irgendwie ihren Mund wenn die rumschreien? Die Charaktere, das wäre ja zu krass. Oh, Gott. Ich helse nicht aus. Leute, da müsst ihr durch. Da müsst ihr durch, genauso wie ich auch. Und dann den Heilscheiß, ey. Da könnte ich auch kotzen. Oh Gott! Halt die Fresse jetzt! Oh Gott, ey, ich kriege hier geistig. Ich bekomme hier echt eine Krise. Scheiße, Mann. Wir haben das auch erledigt, sehr gut. Oh, ich wusste doch, direkt neben uns oder was gespawnt. Scheiße, ich kenne die Map überhaupt gar nicht. Das ist wiederum der Vorteil bei GTA Online, dass es so viele Maps gibt, dass du schlichtweg gar nicht alle kennen kannst. Das hört sich ein bisschen asiatisch an. Wir haben das hier alle aber. Oh shit, Mann. Der hat uns gerettet. Scheiße, ich wollte noch zu der Dings hin. Zur Weste. Das ging sich aber nicht wirklich aus. Den haben wir. Und da oben war noch einer auf dem Dach. Nein, ich kann nur die Balle auf. Ich kann nicht. Wo ist wer hin? Da war doch eben nur einer. Langsam bewegen, damit sie uns nicht sehen. Langsam bewegen, damit sie uns nicht sehen. Ich habe keine Ahnung, der ohne. Der kommt bestimmt gleich hier vorne rum raus. stimmt, warum? Wie ist die Kamera zu sehen? Jetzt kommt den Kopf hoch rein. Jetzt gibt es den Kopf hoch rein. Machen wir das Licht aus. Den haben wir. Ja, das klingt definitiv asiatisch. Scheiße. Oh, man kann hier hoch. Sehr nice. Scheiße, wo war der denn? Das ist ein Arschloch. Wo zur Hölle sind die? Scheiße, aber wir haben den anderen auch fertig gemacht. Blöd, dass der von rechts noch kam. Oh, shit. Und eine andere Waffe. Das ist egal. Scheiße, ey. Das mit den Waffen auswählen ist ein bisschen blöd gemacht, muss ich sagen. Ich bin am überlegen, ob man nicht vielleicht Waffen trocken sollte, die man nicht wirklich braucht, oder ich das machen sollte. Oh, shit. Scheiße, ey. Von oben wieder. Wenn die erstmal auf dem Dach sind, hast du Pech gehabt, irgendwo. Das ärgert mich gerade. Vor allen Dingen nur gecampte hier. Das ist die große Frage. Was machen wir jetzt? Gehen wir mal raus. Bringt uns sonst alles nichts. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob das Schleichen so effektiv ist. Versuchen wir nochmal hier hoch zu kommen. Der ist umgefallen, warum auch immer. Nachladen. Brauchen wir nicht, okay. Sind wir hier unten, oder was? Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Scheiße. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Wo ist er? Ich gebe bestimmt nicht meine Position hier oben jetzt auf. Das Problem ist, wo sind die? Die sind hier vorne irgendwo. Sind das Teich oder was? Die sind hier. Die sind hier. Die sind hier. Die sind hier. Den haben wir. Und wir haben wohl das Bullenheightestosteron mittlerweile jetzt. Wo ist der andere? Scheiße. Die sind hier. Die sind hier. Die sind hier. Die sind hier. Genau, Junge. Page guard. Die sind hier. Die sind hier Falconer. Den haben wir. Wo ist der? Das ist die schlimmste Sprache, die ich jemals gehört habe. Haben wir. 30 Kills müssen wir bekommen. Da war doch eben einer. Haben wir auch. Flammen der Schädel, jawohl. Cool. Neue Tätowierung, sehr nice. Wann kommen denn die Nächsten? Gibt es doch gar nicht. Ich will hier nicht rumlaufen. Ich will die Position verteidigen. Oh Mann. Oh Mann. Aber hier kommt die Moment auch keine her, ne? Ah doch. Haben wir. Ja. Hallo? Oh Mann, ich habe hier nicht rumlaufen. Das war ein paar Tage. Das Gute ist, hier kommt anscheinend von keiner Weite an irgendwie hoch. Es gibt nur diese eine Möglichkeit. Oh nein, sie haben ihn kaputt geschossen. Ach Gottchen. Die để nicht mum den Be 리면. Mach. Was denn das? Die Schüsse hat Putnamen gemacht werden in die Krise machten. Enガ regarde, oh Gott. doch und wegen sind Samse Spaß ja ich will nicht darüber scheiße haben wir Ich liebe diese Waffe aber auch, ey. Drei Schlüssel in der Regel. Wir gehen langsam Richtung Führung. Hindley hat 22, wir 21. Mojita Mojita Lojita Siwaan. Wir kommen bis 2,5 fache an Rufpunkten. Was natürlich immer ganz nett ist. Die Position hier ist einfach krass, ohne Scheiß. Gapen ist ja normalerweise nicht so mein Ding, aber in dem Moment... Wenn es einem so einfach gemacht wird, warum nicht? Scheiße ey. Das Problem ist, die Brüstung ist ein bisschen zu hoch. Ah, das ist das, das ist das. Entweder. Andererseits mit einem Schalldämpfer hier zu sitzen ist natürlich auch kandios. Ah Homie, da ist wieder Homie. Zwei Leute hat er kaputt gemacht. Zwei Leute hat er kaputt gemacht. Ich weiß nicht, dass er nicht kaputt macht. Ja. Den kriegen wir aber wohl nicht. Oder vielleicht doch... Scheiße! Ist er da umgefallen. Moment, Moment. Der läuft hier noch durch. Wo ist er? Der ist unter uns hier. Haben wir... Seine Killserie beendet. Da ist er. Der ist unter uns hier. Scheiße. Den haben wir. Wo ist der andere? Da ist doch noch einer. Der ist wohl tot. Egal, wir sollen ja laut Auftrag nur unter die ersten drei kommen. Ich denke, das könnten wir eventuell sogar schaffen. Wichtig ist, dass die Killserie bestehen bleibt. Der hat noch zwei Kills, dann hat er es geschafft. Der hat noch zwei Kills, dann hat er es geschafft. Der hat noch zwei Kills. Zum Beispiel, er ist ja nicht mit dem Bestes Spot. Nach meinem Dafürhalten. Oh Gott. Er lebt noch? Komm, mach es mir einfacher. Ja, ich brauche nicht. 27. Oder Osasa, noch nicht. Oh, hey. Oder... Ich brauche nicht. 28, 29. Wir brauchen noch 2 Kills. Ja. Haben wir. 29, 29. Der nächste Kill entscheide. Da kommt hier einer rum, oder was? Ne. Ah, ist fertig. Egal. Wir sind Zweiter geworden, damit kann ich ganz gut leben. Ziel ist erfüllt. Nicht so viel Geld bekommen. Und dafür ein Level Up. Ja, dann würde ich sagen, machen wir auch einen Cut an der Stelle. Ich bin praktisch natürlich immer fürs Zusehen. Und sage, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.